Borussia Mönchengladbach hat 1977 im Halbfinale einen ukrainischen Gegner ausgeschaltet, dann aber im Endspiel gegen Liverpool verloren. Jetzt treffen sie auf Dynamo Kiew. Natürlich kennt man Kiew aus dem Fernsehen, natürlich kennt man Kiew aus den sämtlichen Sportmedien, die man auch verfolgt. Es ist eine große Mannschaft, die aber dem Mo-Meister in der Ukraine ist, sehr erfolgreich auch international schon gespielt hat, viele Stars in ihren Mannschaften, in ihren Reihen hat. Deswegen ist es eine große Aufgabe für uns, aber wir freuen uns drauf und versuchen, dass es bestmöglich ist. Bis zum nächsten Mal.